Die Welt ist im Wandel. Unsere Produkte sorgen für Schutz vor Bedrohungen aus der Luft. Dazu braucht es nicht nur modernste Technologie, sondern vor allem auch clevere Köpfe. Ich bin Sabine Dubler, ich arbeite seit 13 Jahren in der Rheinmetall Air Defense. Ich bin Senior System Engineer in der Entwicklung und ich habe zwei Kinder. Wir sind technisch sehr gut ausgestattet worden, sodass wir gewisse Arbeiten sehr gut von zu Hause machen können. Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, geht gut, nachdem ich meine Arbeitszeiten flexibel mitgestalten kann. Trotz meines Teilzeitpensums habe ich einen Job mit sehr viel Verantwortung. Man gibt mir das Gefühl, dass meine Arbeit, die ich mache, wirklich wertgeschätzt wird. Ich habe als Praktikant bei der Rheinmetall angefangen, noch während des Studiums. Ich durfte dann meine Masterarbeit machen und eine Stelle übernehmen als Systemengineer. Ich bin dann immer gefördert worden und durfte dann eine Gruppenleitung übernehmen. Die besonderen Herausforderungen im Job sind wirklich technische Herausforderungen, die extrem komplex sind, extrem vielfältig sind, über ganz viele Themenbereiche gehen aus der Technik. Und das macht wirklich viel Spass, da gute Lösungen zu finden mit den Spezialisten, die wir haben, mit den Generalisten. Und das ist wirklich eine schöne Befriedigung, wenn man da gute Lösungen findet. Rheinmetall ist sehr ein guter Arbeitsgeber, weil man hat wirklich interessante Herausforderungen, man kann Verantwortung übernehmen und wirkt die Life Balance neben Trast im Sicherraum. Ich bin in einem Young Management Programm, wo ich gefördert werde in einer internen Schulung, um später eine vorgesetzte Funktion übernehmen zu können. Das ist bei Rheinmetall eigentlich generell so, dass man viele Schulungen intern angeboten bekommt. Ich bilde noch Lehrlinge bei der Rheinmetall aus. Und zwar kommen die Lehrlinge im vierten Lehrjahr zu mir, machen bei mir einen Grossteil der Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung. In meiner Freize spiele ich Graeblöte und das Schöne ist, dass ich das auch hier in der Rheinmetall-Band machen kann. Ich bin Teamleader von sieben Leuten. Wir testen ein komplexes System und führen in Betriebnahme durch. Also meine Funktion als Teamleader ist, vor allem die Leute zu coachen, vor allem wenn sie ein Problem haben, dann suchen wir nach Lösungen. Unser Team funktioniert kameradschaftlich. Mit meinem Kollegen würde ich sagen, es ist extrem spannend bei uns zu arbeiten. Es ist abwechslungsreich. Du hast flexible Arbeitszeiten und gute Sozialleistungen. Achtung! Stopp! Ich arbeite bei der Rheinmetall Air Defense in Zürich seit hüblich 20 Jahren. Jetzt bin ich zurzeit Abteilungsleiter für Training und Field Services. Angefangen habe ich als Polymechaniker. Ich habe da die Stiftung gemacht. Ich wollte ein Abteilungsleiter werden. Und Rheinmetall hat mir das ermöglicht. Er hat mich in eine Academy geschickt, wo ich mich ausbilden lassen konnte. Als Abteilungsleiter. Ich führe gerade zurzeit 15 Mitarbeiter. Ein Gemisch zwischen Instruktoren und Field Service Representatives. Rheinmetall als Arbeitgeber würde ich jedem empfehlen. Die Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir intern haben, das ist top. Wir freuen uns, die Zukunft mit Ihnen zu gestalten. Wir gucken, werdet euch immer weg. Ihr arbeitet hier auf den Internet. Wir gucken Sie uns, response pontos. Wir sind ein Abteilungsleiter. Noch nicht, was der hostel für Sie living! Wir jesteśmy jetzt nicht. Wir laufen Ihnen mit uns, von places المut tomato. Wie viele Patienten finden. Wir suchen uns, und ich bin und Illinois, Women in Berlin sind nicht angereide, sondern wie sind die Korpschaft. Vielen Dank.